Ey Leute, es ist wirklich das Finanzamt, alles Clash of Clans, selbst wenn ich mir mal so ein Osterangebot für 80 Cent kaufe, alles, die wollen alles haben, hab ich alles, ich hab alle Rechnungen, ich hab jede fucking einzelne Rechnung, ist es der kleine Juwelenhaufen oder die große Karre, jedes Angebot, das ist ja teilweise richtig viel, ne, das ist alleine so ein Batzen Clash of Clans Rechnungen. Wollen sie haben, können sie haben, ich hab den Bums. Jetzt wollen sie aber auch noch jeden meiner Accounts haben. Supercell ID, E-Mail, von allen Projekten aus 2019. Was hatte ich 2019 für Projekte? Ich glaube wir hatten mal, ich mach einen komplett neuen Account und steck da 2000 Euro rein. Wo ist der Account? Wie heißt der Account? Wie ist der Name? Wie ist die ID? Wie ist die E-Mail? Was weiß ich? Was ist das denn? Pokémon. Pokémon, alle Rechnungen, alles da. Aber jetzt wollen sie den GSG-geschätzten Wert aller Pokémon-Karten. Alleine das zu überprüfen würde fünf Jahre dauern, das weiß keiner, das schwankt ja auch wie Sau. Ich muss denen erstmal sagen, ey, sorry, 100.000 Karten bei GSG graden lassen, das kostet auch erstmal 200.000 Euro, das geht schon mal nicht. Die haben gar keine Ahnung, das ist das Geile.